Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Felix Hobbygarten. Heute im Test der Mikalatsch GBV 345 Laubbläser. 2016 hatte ich das Ganze schon gemacht, jetzt gibt es eine Neuauflage. Test Nummer 2, viel Spaß und los geht's. Test Nummer 3, viel Spaß und los geht's. Test Nummer 3, viel Spaß und los geht's. Test Nummer 3, viel Spaß und los geht's. Test Nummer 4, viel Spaß und los geht's. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020